Hallo Leute, da bin ich schon wieder. Ja, ich mach noch ein Video. Kein Plan warum, ich hab momentan einfach Bock und es gibt gerade keine technischen Schwierigkeiten. Auf Wunsch einer Zuschauerin reagiere ich heute auf Random Shorts. Rein da. So ein Papierflieger. Also ich sag's mal so, ich kann überhaupt keinen Papierflieger falten. Ich bin dafür zu dumm. Ich weiß nicht, darf man das hören? Ich muss die Musik ausmachen. Ich weiß nicht, ob man das hören darf. Schade, schade. Ich darf wahrscheinlich die Star Wars Musik nicht benutzen. Dieses D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Darf ich leider nicht haben. Schade. Schade, schade, Schokolade. Naja, vielleicht wird's das nächste Mal beim nächsten Short was mit tun. Aber, ja, sieht interessant aus. Ja, ja. Vielleicht, dass ich ja keinen Papierflieger falten kann, ne? Oha. Ich kann überhaupt nicht Papierflieger falten. Überhaupt nicht. Aber ich würde interessieren, wie der fliegt. Also, der sieht schon geil aus. So, nächste. Warum ist Bacon called Bacon? Dude, warum ist Bacon called Bacon and Cookies called Cookies, if you cook bacon and baked cookies? Ryan, please not now. I'm... LOL. Stimmt eigentlich. Warum zur Hölle ist das so? Das war gut. Das war gut. Das war gut. If you're invisible and you close your eyes, can you see through your eyelids? LoL. Das würde mich halt wirklich mal interessieren. Kann man dann durch seine Augenlider... Also, wer nicht gut englisch kann, wenn man unsichtbar ist und die Augen zumacht, kann man dann durch seine Augenlider durchschauen? Das würde mich echt mal interessieren. Pff. Bekämpfe den inneren Dämonen. Dude, ein Feuerstuhl ist eigentlich ein Wasserstuhl. Ich wirklich... Okay, ja, stimmt eigentlich. Du missst, Jimmy. Dude, warum ist Bacon... Bau mal eigene Spielekonsole, hab kein Geld für PS4? Ja, dann spar halt dein Geld. Ja, Bro, mega geile Idee, ich hab das eh angefangen, aber nie fertig gemacht, weil mein 3D-Drucker rumgespackt hat. Also, Modelle für so Konsolen... Bei ihm spackt der 3D-Drucker, bei mir spackt der ganze Computer. Oh, den gibt's eigentlich schon online. Ich hab da eins genommen, ein bisschen modifiziert, ein bisschen länger gemacht, damit die großen LED-Buttons reinpassen. Das druckt ihr einfach aus? Nachdem ihr das ausgedruckt habt, müsst ihr euch um das Innenleben kümmern. Da gibt's schon so fertige Joystick-Kits, die sind wirklich ganz günstig. Sind halt so ein Billig-Schrott aus Asien, aber reicht voll für die Konsole. Jetzt baut man die Dinger einfach in das 3D-gedruckte Teil ein, also einfach reinstecken und hinten verschrauben. Überhaupt nicht zweideutig, hinten reinstecken. Aber das sind jetzt ja nur die Buttons, wir brauchen jetzt noch einen Computer und dafür nehmen wir ganz einfach einen Raspberry Pi. Wir haben hier das Controller-Board und... Also ich hab von sowas kaum Ahnung, ich weiß, was in meinem PC drin steckt, dass das Mittelklasse ist, aber ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Und ich seh hier hinten, ne schöne Wasserkühlung. Und da haben wir den Rest. Auch für meinen PC, weil der hat extreme Temperaturprobleme. Barry, ihr könnt einen 3er oder einen 4er nehmen, der 4er hat halt wesentlich mehr Leistung auf Emulatoren. So, jetzt klatscht ihr das Ganze da einfach... Ey, passt auf mit den Emulatoren. Manche davon sind illegal, passt auf damit. Das mein ich ernst. Einfach rein mit ein paar Schrauben und im Baumarkt holt ihr euch dann noch mehr Schrauben, um das Gehäuse nachher zusammenzuschrauben. Digga, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon Schrauben gesagt hab. Vorne kommen auch noch ein paar Buttons rein für starten. Hat irgendwer mitgezählt, wie oft der Schrauben gesagt hat? Atom Select, die muss ich ein bisschen einkleben, das ist nicht so genau im Druck geworden. Und in Part 2 verkabeln wir die Kacke. Bau mal eigene Sch... Ich hasse diese Part 2 Scheiße, ne? Das fuckt einfach nur ab. Oh, was ist das denn? Okay, das ist geil. Das wird safe, einfach ein neuer Klingelton an meinem Handy. So, Masi. Produkteräine Lukaku Lukaku, Lukaku. Sonny! So, So, So believe! SONI! Warum? Okay. Pellet! Nein, nein. Keine Ahnung, warum ich fand das lustig. Der war fies. Der war richtig fies. Okay, dann. Komm her, Simp. Ich muss dich nutzen. Use deinen Simp, um zu attacken. Run. Gib mir, das ist ein Schiff, eine Weile. Ok, dann. Ja, Möge. Ja. Ja, ich muss deine Schiff, die wir beenden, wie es am Anfang der Schiff sein wird. Und dann. Vielen Dank. 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 Oh, der war auch fies, der war so fies. Ich bin mehr als verwirrt. Okay, hey, hey, hey. Oh, hey. O.V. dieser eine Freund. Ey, 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 ey. Was? Ich hab ne Überraschung für dich. Und dazu musst du deine Augen zumachen. Nein. Bitte macht das nicht. Bitte, bitte macht sowas nicht. Verarscht euch nicht gegenseitig und vertraut wirklich nur Leuten in Minecraft, die euch noch nie so wirklich richtig stark verarscht haben. Äh, okay. Ja? Okay, okay. Gib mir deine Hand. Waffe. Komm mit. Okay, komm mit, komm mit. Ja, weiter, weiter. Zwei Stunden später. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück und Augen auf. Was ist das? Das ist ein Freizeitpark, den hab ich extra für dich gebaut. Für mich? Ja, guck da vorne. Freeford Tower, Achterbahn, Riesenräder. Markus, das ist tatsächlich ne gute Idee. Holy shit. Komm, wir haben Spaß. Let's go. Es muss doch ewig gedauert haben, sowas zu bauen. Ey, Markus, ich weiß nicht, aber zum ersten Mal hatte ich richtig viel Spaß mit dir. Aber warum das alles? Also, ich bin ehrlich zu dir. Ich wollte dich eigentlich nur beschützen vor dem Winterstorm. Vor dem Was? Was ist das? Weißt du was? Diesmal gehen wir uns nicht geschlagen. Diesmal holen wir uns den. Auf in den Kampf. Let's go. Let's go. Hey, OV. Dieser eine Freund. Ey, ey, ey. Was ist das, ey? Dieses Paket, was es gerade im Itemshop gibt, kostet... Ich mag ihn vor. Einer ist ja gesehen. Ich wende euch das. Was ist das? Ich wende mich. Ja, ich wende. Ich wende. Ich wende. Ach, die. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe versucht, versucht, ein millioner Mal zu tun. Also echt geil. Geil gezeichnet. Es gibt einen Like. Was ist das? Oh, warte. Also, ich bin absolut kein Fan von Horrorfilmen. Daddy, wake up! Good morning, son! Come downstairs! Breakfast is ready! Oh, no! Dad, you know Mob told me a funny story. You're a funny story. Oh, no, really! It was funny! Okay, tell me. I can't remember. Acorn, you're getting late for school! Oh, yeah! Gotta run! Das ist... Mh, kritisches Thema. Oh, man ey. Kinder schlagen ist überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Pokémon-Karten-Opening? Ne, bin ich jetzt nicht so dabei. Which car jumps all buses? Lego car. Bugatti. Dodge Challenger. Nissan GT-R. Tesla. Banana car. Ford car. That's so easy! Which car jumps all buses? On your left. 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 You need to say that sooner. You almost hit me. On your left. Oh, man. On your left. Sips away. On your left. On your left. I'm so happy! It's me! Mario! I love you! No! What's this? Sauce. Buss! I'm so sorry! Nothing! Okay I'll put up! I'm a bobby gal! Superitou! I like turtles! They ask you how you are, then you just got to say that you're fine. Und du bist nicht wirklich lustig, du bist einfach...